Hallo und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute geht es um ein neues Game, ein Game, was wir noch nie gezockt haben. Noch nie. Exanima. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Genre ist. Ich glaube Hack'n'Slay. Aber wir werden herausfinden, was das für eine Genre ist. Das laber ich. Auf jeden Fall habe ich das Spiel irgendwann mal gekauft. Vor Monaten habe ich das mal gekauft. Da ist es frisch rausgekommen. Es sah ganz geil aus. Es ist auch geil. Aber ich konnte das irgendwie nicht, weil es ist schwer. Es ist sehr schwer. Und die Musik ist gerade so laut. Ich mache mal ein bisschen runter hier. Okay. Das einzig Schwere an dem Spiel ist, ist das Kämpfen. Ich werde euch das zeigen. Und zwar gehen wir hier in die Arena. Wir können hier nur Anfänger auswählen. Was anderes will ich auch gar nicht. Dann können wir unseren Charakter hier erstellen. Hier natürlich rumflumpen. Und kommen wir hier Male und Female. Und dann können wir hier unseren Körper. Oh, auswählen sich. In die Höhe. Also großartig. Nein. Natürlich immer. Immer. Und dann machen wir. Und dann createn wir. Und dann kommen wir direkt in den Kampf rein. Mit so einem Typen hier. Und wie ihr sehen könnt, ist das gar nicht so einfach. Vor allem muss man die Kamera auch immer wieder hin und her schwenken. Ich lasse sie ab und zu mal gedrückt. Aber dann können wir die Maus nicht mehr bewegen. Das finde ich ein bisschen schade. Blocken tut er von alleine. Glaube ich. So scheint es mir. Und dann können wir hier so schlagen. Und jetzt habt ihr es gerade wieder so schön gesehen. Die Physik. Wir können so aneinander hängen bleiben. Und wir können verschiedene Sachen machen. Und es ist alles nicht gerade einfach. Versuche ich jetzt hier mal so einen Schlag auszuführen. Der war gar nicht so schlecht. Man muss auch immer aufpassen, dass man sich nicht gegen die Wand irgendwie drücken lässt. Und dann... Ich halte jetzt einfach mal die Leertaste gedrückt. Das kann ich am besten spielen irgendwie. Oh Mann. Der hat gesessen. Ich habe noch kein Leben verloren. Was machen wir jetzt? Einfach rein. Komm. Wow. Und da haben wir ihn. Geil. Dann können wir den hier auch noch looten. Aber ich glaube, der hat nicht bessere Sachen als wir. Ja. Und dann gehen wir auf den nächsten Kampf. Dann geht es direkt weiter. Alter. Wow. 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 Weil ich dem... Alter, wie ich dem gegeben habe. Wie ich dem gegeben habe. Aber... Oh, gut abgewehrt von ihm. Fuck. Ja, man verliert ganz schnell. Also wenn man wirklich... Wenn man wirklich einen Schlag so abbekommt. Geil. Verpiss ich. Okay. Er will kuscheln. Riecht ab von mir. Tschüss. Vielleicht hat er was besseres dabei. Ein Schild. Aber das kann ich nicht nehmen. Nee, hat er noch nicht. Hat er noch nicht. Hat er noch nicht. Verdammt. Next fight. Next fight. Oh. Der hat den Helm auf. Was hat der? Was hat der als Waffe? Ja. Haha. Ich schneide richtig die Kniekehlen auf. Das glaubst du gar nicht. Okay. Boah. Das mit Laserschwertern. Das wäre ultra. Oh. Fuck. Oh. Oh. Jetzt hänge ich aber am Zipfel hier. Ich bin down. Verdammt. So schnell kriegt ihr mich nicht. So schnell kriegt ihr mich nicht. Direkt los. Direkt los. Great. Direkt los. Ja. Also. Tschüss. Oh. Der cornert mich. Der cornert mich. Äh. Der. 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 Egal. Der cornert mich. Ja. Der cornert mich. Tschüss. Next fight. Yes. Du musst einfach mal ein bisschen abwarten. Du musst Schwung holen. Das ist immer das Schwierige. Bläh. Bläh. Boah. Ja. Jetzt gehst du auf deine Wampe, Freundchen. Tschüss. Kabums. Einfach weggehauen. Den Gegenden haben wir verloren. Jetzt habe ich mehr Leben, Junge. Oh. Alter Schwede. Jetzt hat er den Namen im Gesicht. Schön abgeblockt. Ja. Down, Junge. Bäh. Bäh. Okay. What the fuck. Weiter. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Mit Schild, ey. Und wat für ein Schild. Ich hab den nicht gelootet. Fuck. Die will aber auch nicht, ne? Ich komm nicht an die ran. Weil die ein Schild hat. Okay. Wieder zurück. Bäh. 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 That is it. Klappse. So, wat hat sie denn dabei? Bin immer noch ganz gut dabei. Oh, der hat auch ein langes Schwert. Hehe. Aber ich kann besser umgehen damit. Okay. Bäh. Bäh. Erstmal sammeln wir da. Wow. Gut abgewerbt. Gut abgewerbt. Oh. Yes. Okay. Next fight. Los geht's. Okay. Ich bin angeschlagen. Okay. Vielleicht krieg ich sie noch. Mit dem finalen Schlag. Kann es sein, dass das jetzt hier schwerer ist? Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich bin down. Sie hat mich besiegt. Fuck. Okay. Das ist ja der Froh mit Schild, man. Exit. Ihr Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe alles gegeben. Ich kann nicht mehr. Also, macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.